Und nun, Ladies and Gentlemen, der Mann, auf den wir alle gewartet und gewartet haben. Und wenn sie mich weinen und umarmen, denk ich dabei meistens an Teilmassagen. Ich bin der einzig wahre, der weiße Bombarder und nachgepreiselbe Faser, den Kaiserschmarrn aus deiner Schweizvisage. Ich komme mit reifem Schaden im Leichenwagen in der Eimatstraße, als Geisterfahrer vorbeigefahren mit Seifenblasen, Luftschlangen und Eisbierfahnen. Und praktiziere schweinische Kreisportader mit dem weiblichen Polizeipsychiater. Ich hab einen leichten Schaden, denn sie fesselten mich für 13 Jahre an eine Glotze mit Popcorn und kein Ohrhasen. Das ist der Grund, warum ich Kreise male mit Kleidemarkern und du bist der Winner in dieser Gewaltspirale. Wenn mir verbrennst du dir die Finger mit deinen Streitscherns Armen, denn ich verringere die Treibhausgase deines stinkenden heißen Atems mit einem schwingenden Fleischerhaken. Und wenn der Loser mich noch mein Bruder nimmt, klären wir die Dinge wie bei Kain und Abel. Yo, hier hilft keine Schluckmedizin, wenn du nach der Druckwelle dieses Suft, der die Beats, Bruststechen kriegst und verwutzt durch deine Stuckdecke fliegst. Und nach einem heftigen Aufprall in dem Flussbecken liegst, jetzt ist Schluss, rest in peace, sodass der den Lutsch frisst er nur noch als Nutzfläche für Schuppenflechten dient. Der eisernde Besen komme mit Gewaltlauberei, du brichst meine Nase, du brichst höchstens den Schall, wenn du schreist. Rapper kommen als Hassler und Pimps mit Waffen und Rills. Ich hasse ein Ziegelkäse, Sandwich aus Waffen wie's Milch. Ich nehm einen Ziegel, der dir dann deinen Kiefer massiert und nach der Delfin-Therapie mit dir kann man den Delfin therapieren. Ich schieße auf dich, trottel mit Darts, nach einem Treffer siehst du aus wie das Maskottchen von Kars. Die Lämmer hat keine Platinkette, doch wenn ein paar Nakelbrennen, die Hände und Arme brechen, steh ich am Ende der kausalen Kette. Hier ist dein Freifahrtschein, denn ich sechste mit einer Streitag seinen Bypass ein. Ich lief wie vom Zorn getrieben, onanierend ins Pornokino und schnitzel im Schnitzel von Feuchtlerbein. Danach lügen sie mich bei Kallwas ein, doch ich bar diese Moderatorenziege, verdorbene Spiele vorzuführen auf ihren Vorderfüßen. Schenkte ihr Korniriegels, ich stelle mich vor den Spiegel und öffne den Schädel mit einer Bohrmaschine. Wer macht dir Angst, ihr seid nur Köter, die vortäuschen mit Glöten wie Mondstreusel, die vom König mit Thron träumen. Doch ich entlöse die Sportsfreunde, zerstöre die Vorfreude, ihr seid keine Kings, höchstens die Kronzeugen. Das ist der eisende Besen, seht ihr Fägt durchs Lund, er blickt auf Gegner herab, so wie ein Elefant. Sicher, er wirkt dabei nicht wirklich elegant, doch beim Fägervorgang ist es nicht wirklich relevant. Das ist der eisende Besen, seht ihr Fägt durchs Lund, er blickt auf Gegner herab, so wie ein Elefant. Er steckt nackt durch eine Nebelwand, befasst mit einem Fäger und erregt im Schwach. Morlock Dilemma ist der eiserne Besen, das Mixtape Fägelfeuer, Spokenview Records. Ab 1. Mai, 70 Minuten in your face, Rap. Ab 1. Mai, 30 Minuten in her face, Rap. Vielen Dank. Ab 1. Mai, ich bin mega gesch bons Ab 1. Mai, 70 Minuten in Polenburg